Ja, Koja kann den Todesrütter einfach hier. Ich möchte auch dazu sagen, dass der Todesrütter meine Gruppen gepolt hat. Ich meine den, den man nicht so einfach hier macht. Das stimmt. Was ist hier los? Gut, es muss alles gut. Recount Toggle. Ja, das war doch. Mit wem Shad ist du? Mit meinem Interface. Mit deinem Interface. Ah, mit dir. Mein Recount ist irgendwie weg. Ah, shit. Tschüss. Tschüss. Bin ich Brain-Aufgabe? Ich will machen. Das Problem ist, wenn du einen Fehler machst, dann warst du Brain-Aufgabe. Wenn ich einen Fehler mache, bin ich voll bei der Sache. So, das sieht nicht gut aus. Das sieht nicht gut aus. Äh, willst du vorher noch mal anladen? Da musst du mal einen Moment warten. Ich finde gut, dass du mir mal versuchst aufzubauen, indem du mit Absicht zur Genub-Auktion reist. Ja. Das ist... Das soll man einfach bescheiden. Das soll man ministry. Jo, kannst du los. Da, da, da. Da, da, da. Da, da, da. Puh, für einen Moment dachte ich auch schon. Das ist cool, du war Refs. Wenn ich meinen Recount wieder habe. Oh, scheiße. Oh, der war. Du hast vielleicht ausgemacht in deinem Waren. Weißt du es, weißt du es nicht. Wo geht's der Langco, oder? I'll show you. Dann sollten wir nicht die Maschine aktivieren. Was für eine Maschine denn? Weiß ich nicht. Maschine? Deiner gefragt. Welche Maschine? Ist da eine Maschine? Weiß ich ja nicht. Warum hat dir keiner aktiviert? Findest du nicht? Was ist das denn mit dem Bum? Och, Mann. Sie sind fahrschön. Bum, unter Wasser. Ja, und so könnte mir passieren. Ich freue mich irgendwie auf die erste Nordland-Innie. Die freue ich mich auch. Aber Shattered Halls freue ich mich auch gleich an. Da freue ich mich auch noch drauf. Und worauf freust du dich nicht an? Den Rest vom Durchschnitt. Ne, 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 mal vor Experience. Ne, ne, eigentlich haben wir sowieso noch genug. Ach, scheiße. Das Endlo so stuckt sein in einem Level. Voll die Dinge. So lange sind wir gar nicht in einem Level. Eigentlich schon. Ich weiß ja gar nicht mehr, wie lange das dauert da. Bis 80. Hitch King soll doch genauso lange dauern wie Burn and Crusade. Ach. Das kommt dir nicht immer so lange vor. Warum kommen wir Burn and Crusade denn immer so verdammt kurz rum? Weil es zu schidio aus dem ist. Ja. True story. Die Shitty muss dann nicht gehen bleiben. Ich fand's ja auch immer manchmal gut. Ich fand's ja auch immer manchmal gut. Ich fand's ja auch immer gut. Das ist ja auch immer so gut. Oh. 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 Ja. Noch zwei. Oh, drei sogar. Tschüss. Er schafft ihn. Weißt du, der Droide, der gepult hat, wo ist der jetzt? Unsichtbar im Bruder. Nein. Die finden ihn. Ich glaube, auch der Droide wurde da hingeführt, ne? Der war voll die coole Schultern. Die Naga. Hm, mein Tschüss. Wie waren wir so geistfrei? Aber eigentlich, weil ich dachte, der Droide verkackt hat. Bist du schön drin? Geh nicht rein. Nein, mach ich auch nicht. Oh, fucker. Ich mach alles an, Költer. So isst du dich vielleicht nicht, aber ich wünschte es wär nicht so passiert. Tschüss. Zu allem Überfluss hab ich mir meine ganze Packung mit Wasabi-Runde gefallen in dem Moment. Ich hab nicht mal mehr Süßigkeiten hier. Gleich schön. Ich hab nicht mehr gesehen. 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 Ich hab's geschafft. Ach mein, mir fliegen immer die Kopfe. Was ist das? Spubi? Hallo? Ja, was denn? Oh, hier hat ein feines Kopfhörer drin. Irgendwie höre ich ihn auf dem einen. Was ist das? Was ist das? Nein! 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 Ja! Ja! ��도록 Oha wie im, Haßen und Sonne in der Gehengele. Mach ich bei einer anderen Kopfhörer, dann nicht, ja. Vielen Dank. Vielen Dank.